Wenn er explizit sagt, ich habe mich da nicht gut verhalten, nehmen Leute, die diese Information, und sagen, du hast dich gut verhalten. Ich glaube, es ist nicht konstruktiv, über sowas zu spekulieren. Das Video heißt Taddles Statement war perfekt. Taddle hat sich selbst exposed. Ich denke, wir haben das alle mitbekommen. Ja, also jetzt ein paar Leute im Chat hatten gesagt, was, ich habe nichts mitbekommen. Aber ich denke, den meisten, ganz kurz, warte, ganz kurz, wir können ja kurz sagen, schreibt mal bitte eins in den Chat, wenn ihr das mit Taddle mitbekommen habt. Oder mindestens eine Zusammenfassung mitbekommen habt. Und schreibt zwei in den Chat, wenn ihr gar nicht mehr wirklich mitbekommen habt, worum es geht. Einfach nur, um so ein ganz grobes Bauchgefühl zu haben, von wie ist die Verteilung gerade. Weil wir sind ja jetzt so eine Woche nachdem das passiert ist. Und ... Was? Okay, Digga, dann bin ich einfach in meiner kleinen Bubble drin. In meinem Weltbild hat das jeder Mensch auf dem Planeten mitbekommen. Also jeder, so ... Der Obama hat das mitbekommen, so in meinem Weltbild. So jeder. Aber okay, dann ist es vielleicht doch nicht so. Okay, also für die Leute, die wirklich gar nicht wissen, worum es geht. Taddle, großer YouTuber, den werdet ihr jetzt die meisten von euch kennen. Taddle ist ein großer YouTuber, mit dem ich auch schon häufiger Videos gedreht habe in den letzten zwei, drei, vier, fünf, sechs Jahren. Ähm, macht auch Mucke, ist sehr bekannt, war einer der ersten großen, richtig, richtig großen YouTuber, so ganz, ganz am Anfang. Viele, viele Leute kennen ihn, viele, viele Leute schätzen ihn. Und der hat ein Video über sich selbst gemacht, wo er gesagt hat, ich expose mich selbst. Ich, ähm, ne, andere Leute werden von anderen Leuten so exposed. Und ich expose mich jetzt in Anführungszeichen selber, weil ich bin gar nicht so ein guter Mensch, wie viele Leute von euch glauben. Und viele idealisieren mich, aber das ist gar nicht so, weil ich hab essentielle Eigenschaften, die nicht gut sind. Und dann hat er darüber das halt ausgeführt. Und als Reaktion darauf haben viele gesagt, boah, Taddle, so cool, du bist so ein cooler Mensch. Obwohl er in dem Video gesagt hat, dass es so weird ist, weil egal, was er macht, Leute sagen immer, boah, er ist so gut. Und, äh, damit will er so ein bisschen aufräumen. Und die Reaktion darauf war halt, dass Leute gesagt haben, boah, du bist so gut. Und jetzt hat Catsplay ein Video gemacht, wo sie, so wurde es mir gesagt, äh, kurz zusammenfasst, wie die Situation ist und was im Statement gesagt wurde. Aber vor allen Dingen dann so ein bisschen analytisch und kritisch darüber sprechen wird, wie der Umgang mit den Zuschauern auch bezüglich dieses Statements war. Weil das mir auch aufgefallen ist, dass ich's irgendwie crazy fand, wie sehr er in dem Statement sagt, hey, bitte idealisiert mich nicht. Ich bin da und da und da und da mach ich ganz, ganz grobe Scheiße und bin wirklich kein guter Mensch. Und dann waren die Kommentare voll mit, boah, Alter, so schön, dass du das reflektiert hast und du bist so ein guter Mensch, dass du das so krass, so krass, wie du's reflektierst und so gut machst und, weißt du, so dieses Ding. Und, ähm, das ist eigentlich so wie eine Bestätigung gewesen von dem, was er im Statement selbst gesagt hat. Nämlich, dass er gesagt hat, ey, egal, was ich mache, egal, was ist, immer läuft es so, dass Leute mich danach abfeiern, so, ne? Und auch dieses Mal lief es so, dass viele Leute ihn danach abgefeiert haben. Und, ähm, ich finde diese Ebene zu beleuchten viel spannender, als jetzt einfach noch mal das Statement von vorn nach hinten durchzugehen. Was nicht auf meiner Liste 2024 stand, okay, zugegeben so ziemlich jedes Exposed, das irgendwie seit dem Mai stattgefunden hat, aber vor allem nicht, dass Tadeln einfach einen Self-Exposed hinlegt. Und ich glaube ganz ehrlich nicht, dass das jemals in so einem Umfang auf YouTube-Deutschland passiert ist. Jedenfalls weiß ich, dass ich mal wieder ein wenig zu spät mit meinem Video zu einem Thema dran bin. Aber, wer hat schon Bock, dass ich das Video jetzt einfach zum hundertsten Mal zusammenfasse, wie jeder andere Meinungsblogger auch? Ganz ehrlich, ich hab da keinen Bock drauf. Deswegen... Ne, ich glaube, wir haben da alle keinen Bock drauf. Deswegen ist es ganz gut, dass wir jetzt das gucken und nicht einfach noch mal eine Zusammenfassung, weil ich glaube, das haben die allermeisten, die allermeisten von uns haben, glaube ich, schon zwei Zusammenfassungen und das Video selbst gesehen. Deswegen muss ich mir jetzt etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Also dachte ich mir, ich werde einfach das Statement trotzdem zusammenfassen und die Buchstaben tanzen. Okay, vielleicht sollte ich mir doch was anderes suchen. Was könnte denn noch interessant sein? Vielleicht, wie die Leute auf Tuddles Statement reagiert haben. Der Mainpunkt seines Videos war ja so ziemlich, dass er sich über die Jahre hinweg ein perfektes Saubermann-Image aufgebaut hatte und dass egal, was für Kacke er gebaut hatte, er schlussendlich doch irgendwie mit einer Reihenweste da wieder rausgekommen ist. Wenn nicht sogar mit Pluspunkten. Und das, obwohl er laut eigener Aussage in seinem Privatleben ein komplettes S***loch ist. Und wie haben die Leute reagiert auf sein Video? Ja, sie haben ihn teilweise einfach komplett abgefeiert, was so ziemlich das Gegenteil von dem ist, was sich Tuddle in seinem Video gewünscht hat. Und es hat ihn so abgefeiert, dass er folgenden Kommentar unter seinem Video angepinnt hatte. Bitte hört auf, mich in den Kommentaren für Reflexion zu loben. Diesen Schritt konnte ich nur gehen, weil Menschen, die ich immer und immer wieder verletzt habe, Dinge mit mir aufgearbeitet haben. Das Video ist kein toller reflektierter Move, sondern ein notwendiges Übel. Mit den positiven Kommentaren relativiert ihr alles, was ich im Video sage. Zeigt Solidarität mit denen, die unter mir leiden, statt mir jetzt etwas zuzuschreiben. Warum kommt ein Tuddle so viel besser davon als ein Unge oder eine Anni zum Beispiel, obwohl die Vorwürfe ein ähnliches Ausmaß haben? Let's find out. Bevor wir aber mit der Main-Question starten, möchte ich euch einmal im Speedrun die Hauptpunkte aus Tuddles Video doch nochmal... Komm, das ist doch gut, dass es davon jetzt ein Speedrun gibt, weil dann sind alle abgeholt. Dann sind wir alle auf demselben Stand. Ganz kurz zusammenfassen. Im Großen und Ganzen ging es Tuddle darum, die Glorifizierung von Influencern anzuprangern, obwohl man diese nicht privat kennt. Das tut er, indem er zeigt, dass obwohl er ein so ziemlich makelloses Image hat, er im Privaten doch sehr viel Chaos anrichtet. So beschreibt er sich unter anderem so. Ich bin ein notorischer Lügner. Ich bin ein Hochschabler. Ich bin ein Blender. Ich kreiere Vertrauensprobleme. Ich raube Seelenfrieden bei Menschen, die mir so nah sind. In seinen Beziehungen führte er oft eine Art Doppelleben, wo er eine Persona kreiert für diesen Freundeskreis oder für diese betroffenen Personen. Ihn dann Friede, Freude, Eierkuchen vortäuscht, aber hinter den Kulissen irgendwie Groll und Konflikte sich in ihm aufbauen, er diese aber nicht mit den betroffenen Parteien teilt. Als Beispiel. Ja, also das Ding ist, er spricht halt an, dass diese Idealisierung von ihm, diese krasse Idealisierung, dass die halt sozusagen an der Stelle schädlich ist oder grundsätzlich halt nicht sich mit der Realität deckt. Und das Ding ist, ich verstehe da auch total, was er meint. Also ich finde, da hat er auch völlig recht, dass so eine, ich sag mal, übertriebene Idealisierung von Social-Media-Persönlichkeiten einfach nicht zielführend ist. und ja, Leuten einfach auch bewusst sein muss, dass so ideal kein Mensch ist, auch niemand auf Social-Media. Also er, also ich kann verstehen, dass Leute so eine Idealvorstellung haben manchmal von Leuten, die sie vor allen Dingen sehr, sehr feiern, weil da ist jemand, der, weiß es nicht, ist für dich, so ein Teil ist für dich vielleicht ein Safe Space. Und du kennst ihn schon ganz lange. Der hat dich durch die Jugend begleitet oder so, viele positive Augenblicke gehabt. Die Videos haben dir Kraft gegeben oder die Mucke oder irgendwie sowas. Weißt du, so ganz positive Erfahrungen. Und du willst ja dann auch, oder manche Leute wollen ja dann auch glauben, dass derjenige ideal ist. Also dass der fehlerfrei ist, dass der einfach perfekt ist. Also man will ja das Idol idealisieren. Und Tal sagt dann, dass es natürlich kein reales Bild ist. Also dass sich so eine Form von Vorstellung nicht deckt, so mit der Realität. Celisplay sagt, ich habe eine Idealvorstellung von Rezo. Ja, ich hoffe doch nicht. Also weil, also Tal hatte ein paar andere Beispiele auch genannt, dass er irgendwie gesagt hat, jo, er hat irgendwie gesehen, so, dass Leute dann, nachdem das mit Anni war und mit Unge war und so, dass Leute dann auf Social Media geschrieben haben, boah, zuerst Anni, jetzt Unge, dies, das. Und ich hoffe, oder Tal ist derjenige, der die Fahne oben hält und der bleibt standhaft und ideal so in Anführungszeichen. Und das hatte Tal dann gesagt, dass er das auch gesehen hat mit irgendwie, mit Gronkh oder mit mir oder mit Ju, irgendwie sowas. Und weil er mich da genannt hat, also ich kann mir auch vorstellen, dass auch manche bei mir so ein, ich sag mal, übertriebenes Idealbild irgendwie haben. Entweder, weil sie vielleicht, also wie gesagt, gerade durch die Gründe, die ich gerade gesagt habe, das glauben wollen. Also einfach sozusagen sich das auch so ein bisschen einreden wollen oder so, dass das so ist. Oder vielleicht auch, das kann ich mir auch vorstellen, dass das bei manchen dann so ist, wenn ich nur bei mir, sondern auch bei anderen Leuten auf Social Media, vielleicht auch, weil man nur manches von jemandem kennt. Also zum Beispiel, wenn man von mir nur die Zerstörungsvideos kennt, dann hat man ja kein, wirklich, ich sag mal, Bild von mir als Mensch, sondern vielleicht so ein, wie so eine ideale Vorstellung von, wie jemand sein könnte oder irgendwie, keine Ahnung was. und dann könnte das auch resultieren in so einer falschen Idealvorstellung oder übertriebenen Idealvorstellung. Und ich glaube zum Beispiel, die Leute von, die jetzt gerade hier im Chat sind, ist, bei euch ist es viel unwahrscheinlicher, glaube ich, ist mein Bauchgefühl, dass ihr so ein übertriebenes Idealbild von mir habt, weil hier es ja viel mehr vorkommt, dass ihr auch sozusagen meine, sozusagen mein Unperfektsein, meine Fehler oder so mitbekommt. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, als wir über das Anni-Thema geredet haben, da habe ich ja auch, da aber auch vorher ja auch schon mit euch drüber geredet, dass als TJ ins Team gekommen ist und mein erster Mitarbeiter war, wie, dass ich auch kein guter Chef war in der Zeit und so, weißt du, sowas halt, ne? Also das kommt ja hier vor, dieses Nicht-Perfekt-Sein und so, aber das kommt natürlich nicht vor jetzt im Zerstörungsvideo oder in anderen Kontexten, deswegen glaube ich, hat es damit vielleicht auch zu tun, dass Leute, je nachdem, wie sie sich befassen mit jemandem, ähm, eine übertriebene Idealvorstellung haben oder eben nicht. Ja. Äh, ja, egal, weiter geht's. Hä, was jetzt, du bist gar nicht Gott? Abgefahren, ne? Es ist wirklich, hat mich auch schockiert, als ich das erfahren habe. Hier seine vergangene Freundschaft mit Lou und Adi, welche ebenfalls Content-Creator sind und in der Vergangenheit haben die halt zu dritt so Stuff gemacht und waren auch generell sehr gut befreundet. Während die beiden also dachten, dass sie Best Friends mit Tadde sind, hat dieser sich emotional immer weiter von ihnen distanziert. Obwohl dieser Vorgang in Tadde passiert ist, hat er sie trotzdem noch davon überzeugt, ihr Projekt abzublasen, wo sie sich ein Grundstück gekauft hatten und da halt ihr Haus bauen wollten. Das Ganze war auch schon in der Planung. Tadde wollte dann nämlich, dass er, seine Frau, Lou und Adi gemeinsam auf ein großes Grundstück ziehen. Bitte behaltet im Hinterkopf, dass er hier zu diesem Zeitpunkt schon nicht mehr wirklich Bock auf Lou und Adi hatte. Und diese Diskrepanz von wie Tadde sich gegenüber Lou und Adi verhält, wenn sie anwesend sind und wenn sie nicht anwesend sind, das ist der Frau von Tadde aufgefallen. Ja, also, ja, im Prinzip kann ich auch nur das nochmal wiederholen, weil es ja eine Zusammenfassung vom Video ist, wo Tadde auch, finde ich, sehr froh sein kann, dass er dann durch die, durch seine Frau dieses, diese Diskrepanz reflektiert bekommen hat. Also dieses, seine Frau hat ja gemerkt, hey, warte mal, wenn Luna und Adi da sind, dann bist du so und so und wenn die nicht da sind, dann sprichst du anders über die, da bist du anders sozusagen denen gegenüber eingestellt und es matcht ja nicht so. Und hätte sie das nicht gespiegelt, dann hätte es diese, diese Reflexion jetzt wahrscheinlich in der Form oder jetzt in der Form noch mindestens nicht gegeben. Und zu Klärung hat sie beide Parteien damit konfrontiert und nachdem Lou und Adi dann herausgefunden hatten, dass Tadde jetzt nicht mehr wirklich Bock auf sie hat, da ist dann die Freundschaft offensichtlicherweise in die Brüche gegangen. Also im Mäten, dein bester Freund überzeugt dich davon, mit ihm zusammenzuziehen, nur damit du danach erfährst, dass alles irgendwie nur gelogen war. Und obwohl Taddele der Auslöser dieses Konfliktes war, stand er am Ende als der Macher da, da Lou und Adi zu dem Zeitpunkt noch eine andere Kontroverse am Laufen hat. Kannst du kurz erklären, was ein Hochstapler ist? Hochstapler ist doch jemand, der so, so, sich darstellt als was anderes, ne? So, jemand, der ver***t das, ist doch ein Hochstapler, oder nicht? Und es wurde dann quasi Taddele positiv zugesprochen, dass er sich von ihnen distanziert hatte, obwohl das nie der Grund war. Ein Imposter, genau. Was heißt ein Imposter auf Deutsch? So ein bisschen Blender, jemand, der sich selbst auch anders darstellt, als er eigentlich ist. Das ist doch auch so, glaube ich, ein bisschen so vom Flair von Hochstapler, ne? Und war und er jetzt auch aktuell sagt, dass er das nie so Hält der Stein, ne? Ja, okay, stimmt. Hält der Stein ist auch auf eine gewisse Art ein Hochstapler, das stimmt. Das stimmt. Wirklich problematisch. Aber am Ende wusste man nie wirklich, wer da was genau verkackt hat oder was zwischen den dreien vorgefallen ist, dass sie sich letztendlich nicht mehr zum Content machen getroffen haben. Man kann sich denken, dass das letztendlich zu wilden Spekulationen geführt hat und tatsächlich gab es dann drei Leidtragende von dieser Gesamtsituation. Okay, also das finde ich jetzt auch einen ganz spannenden Punkt, den Catsplay jetzt hier nacherzählt, nämlich, dass öffentlich dann irgendwann klar war, okay, Taddle und Luna und Adi, die irgendwie haben nichts mehr miteinander zu tun und die haben gar nicht jetzt spezifiziert, warum das so ist, aber die Folge war nicht, dass irgendwie Taddle dadurch einen Nachteil hatte, sondern dafür gelobt wurde. Einfach praktisch per Default so. Offensichtlich Lou und Adi, die hatten dann nicht nur einen Image-Schaden erlitten, sondern offensichtlich auch viel Zeit und viel Geld verloren, weil sie ihr eigenes Grundstück dann wahrscheinlich wieder verkauft haben und die ganze Planung aufgegeben hatten, um dann eigentlich mit Taddle zusammenzuziehen, was ja dann nicht passiert ist. Aber eine weitere Leidtragende war auch Taddles Frau. Diese wurde nämlich oft in den Spekulationen als Grund angesehen, warum das Dreiergespann in die Brüche gegangen ist, weil die ganzen Konflikte ja erst aufkamen, nachdem die Frau quasi mit dazu gekommen ist. Aber die Wahrheit ist ja, dass sie die einzige war, die erkannt hat, was da überhaupt für Dynamiken am Laufen sind. Taddle erzählt auch, dass er in der Beziehung zu seiner Frau sehr manipulativ unterwegs war. Unter anderem beschreibt er, dass er seine Frau auch mit Lovebombing rumbekommen hat, also basically dem Spam von Zuneigung und Liebe. Das fand ich auch interessant. Taddle hat selbst gesagt, dass er seine Frau gelovebombt hat und dass das sozusagen ein, ich weiß nicht, ob er dazu direkt manipulatives Verhalten gesagt hat, aber das hat er so in den Raum gestellt. Und ich habe ganz viele Kommentare gesehen, wo Leute einfach gesagt haben, ja, aber am Anfang von der Beziehung zeigt man sich halt von der besten Seite und vielleicht meint er das ja so. Und ich finde es so krass, dass da, also das selbst, also selbst wenn halt explizit sagt, hey, dieses Verhalten, wie ich mich verhalten habe, ich schwöre, das war kein gutes Verhalten. Ich nenne das Lovebombing, das ist ein manipulativer Begriff, so, ne, das war nicht gut, das ist eine Art unehrlicher, ein unehrliches Verhalten. Ich weiß nicht genau, ob jetzt das Wort Manipulation dazu 100 Prozent fittet, aber es geht ja so grob in diese Richtung. So, und er sagt explizit, sozusagen, ich habe mich da schlecht verhalten und Leute kriegen diese Information von ihm und verändern das dann zu, ja, vielleicht meint er es aber so, dass es gar nicht schlimm ist, er ist gut. Und das ist so eine Bestätigung von dem, was er gesagt hat in diesem Video. Das fand ich so krass, dass man in den Kommentaren ganz viel das bestätigt bekommt, wie er es selbst beschrieben hat in dem Video, dass wirklich egal, was er tut, selbst wenn er explizit sagt, ich habe mich da nicht gut verhalten, nehmen Leute, die diese Information sagen, du hast dich gut verhalten, fertig, so crazy. Tadel sagt ja auch, dass er sich quasi immer nur von seiner besten Seite gezeigt hat und seiner Frau nie gezeigt hat, dass er auch irgendwie psychische Probleme hat, aber das nicht lange aufrechterhalten konnte und sie dann ziemlich schnell auch seine destruktiven Seiten kennenlernte. Insgesamt ist er in der Beziehung oft unehrlich, emotional abwesend und auch konfliktenausweichend gewesen in der Schwangerschaft. Teilweise hat er die Konflikte von sich selbst sogar auch auf seine Frau abgeschoben. Ein weiterer Punkt, den Tadel aufmacht, ist, dass er vor der Beziehung mit seiner Frau auch mit jungen Fans gesetzt hat. Diese Saison zwischen 18 Jahren Ich glaube, dass viele, die mit ihm groß geworden sind, versuchen selber gut zu reden. Ja, Digga, ich habe da so viel drüber nachgedacht, welche psychologischen Aspekte reinkicken bei genau solchen Antworten. Also, dass man, also, es spielen verschiedene psychologische Effekte mit rein, aber einer, der, glaube ich, auch mit rein spielt, ist dieses, wenn ich jetzt ein totaler Taddel-Fan bin, der seit zehn Jahren irgendwie Taddel-Fan ist und meine Jugend Taddel, bla, 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 bla. Und dann kriege ich die Information, dass er mir sagt, nee, ich bin gar nicht so ein guter Mensch, ich habe da total die krassen Schwächen und habe mich echt viel nicht gut verhalten und Leute haben unter mir gelitten oder leiden immer noch unter mir, etc., dann ist das ja auch eine Diskrepanz, die ich in meinem Kopf aushalten muss. Also, das ist dann die Ambiguitätstoleranz, die ich brauche. Also, es ist sozusagen so unklar, was für ein Bild ich von jemandem jetzt plötzlich habe und damit kommen Leute ganz schlecht klar. Also, Menschen neigen dazu, dass sie andere Leute einordnen wollen in, okay, das ist ein guter oder das ist ein schlechter, simpel gesagt, und du musst damit klarkommen, wenn du weißt, okay, warte, das ist in den Hinsichten ein guter Mensch und hat mir viel Gutes gebracht, aber in den Hinsichten sind das keine guten Seiten und da haben Leute drunter gelitten. Das ist ja ein, das ist ja ein, ein Spannungsgefühl zwischen diesen Eigenschaften, das ich als Fan in dem Fall aushalten muss. Das ist ein Spannungsverhältnis von verschiedenen Informationen, die ich über jemanden weiß, das ich aushalten muss als Fan. und natürlich kickt dann der psychologische Effekt rein, dass dieses Spannungsverhältnis, dieses Aushalten von dieser Spannung natürlich gelöst werden kann, indem ich diese Spannung auflöse, indem ich einfach sage, nee, so groß ist die Spannung gar nicht, es ist gar nicht so schlimm. Versteht ihr, was ich meine? Also, der Fan selbst hat auch selber irgendwelche Sachen, die in ihm passieren, die eher einen Bias dazu haben lassen, dass er das gar nicht so schlimm findet oder so. Also, es ist psychologisch total spannend, was da abgeht. ...und 20 Jahre alt gewesen sein, wobei er aber sagt, dass er ihm... So, weiter geht's. ...nie falsche Versprechungen gemacht hat. Er gibt aber offen zu, dass Machtgefälle zwischen sich als Influencer und den offensichtlichen Fans ausgenutzt zu haben und mit... ...quasi das Unterbewusstsein will machen, dass du denkst, I'm right. Ja, das auch. Zum einen, dass du ein Ansprangsverhältnis ja aushalten musst, aber zum anderen, sehr guter Punkt, Chat, dass es sich ja auch ein Stück weit so anfühlt wie, oh, da habe ich mich getäuscht in jemandem. Mein Einschätzungsvermögen war ja dann falsch. Ich habe die letzten Jahre immer Leuten gesagt, hey, check doch mal Taddel ab, weil der ist so cool und rückwirken muss ich ja, war ich ja dann irgendwie falsch an der Stelle, habe ich das falsch eingeschätzt. Das ist ja, also, unterbewusst auch irgendwie ein Effekt der da. Also, das ist so komplex, was da, glaube ich, in Leuten abgeht in so einem Augenblick, das ist abgefahren. Mittlerweile schämt er sich extrem dafür. Was man auch als zentralen Punkt erwähnen muss, Taddel erkennt all diese Verhaltensmuster als problematischer Persönlichkeitsstrukturen an. Er möchte sich ändern und sucht sich aktuell wohl therapeutische Hilfe, vor allem deswegen, weil er die Beziehung zu seiner Frau, aber auch zu seiner Tochter nicht gefährden möchte. Was auch sehr, sehr gut ist, dass das passiert. Hier in meinem Chat schreibt, Taddel hat auch ein bisschen Beauty-Privilege, oder? Chat, ihr seid so smart. Genau, das ist ein weiterer Punkt, der, glaube ich, mit reinfällt. Das ist, glaube ich, nicht nur bei Aussehen so, sondern auch bei einfach allen möglichen Sachen, die irgendwie wertgeschätzt werden. Also, wenn zum Beispiel jemand große, weiß nicht, sportliche Leistungen hat oder so, total skillful ist oder ein krasser Schauspieler ist oder irgendwie sowas, dann, ne, oder sehr gut aussieht irgendwie sowas, dann geht man irgendwie auch mehr davon aus, dass das ja dann ein guter Mensch ist oder dass der ja dann cool ist oder so. Sowas gibt's, glaube ich, auch, ja. Teilweise also wirklich heftige Selbsteinschätzungen, die Tatl da über sich selbst gedroppt hat. Und trotzdem liest man immer wieder bekräftigende Kommentare. Leute, die sein Verhalten runterspielen oder ihn dafür loben. Wie zur Hölle ist er jetzt denn nun besser davongekommen als Anni oder Unge zum Beispiel? Eine der ersten Dinge, die mir in Tatl Estate mit aufgefallen sind, sind, dass einige der Dinge, die er erzählt, nicht so schlimm klingen im Vergleich zu wie sehr er sich dafür kritisiert. An der Stelle kurz einmal, ich möchte hier in keinster Weise die Dinge relativieren. Okay, das heißt, jetzt haben wir einen Kurzdurchgang gehabt von was in Tatl Statement passiert. Ihr seid jetzt alle grob auf dem auf demselben Stand. Und jetzt geht offensichtlich der Part los, wo sich Catsplay fragt, warum sozusagen ist die Reaktion auf Tatl Statement so viel positiver als bei anderen Exposings, wo andere Leute sozusagen exposed wurden. Ich meine, klar, tausend Sachen sind da irgendwie anders, aber ist es ja ganz, ich finde es ganz relevant, sich vielleicht damit zu befassen, weil es auch für uns Zuschauer, für euch Zuschauer, für uns Zuschauer, ja so eine selbstreflektierende Auseinandersetzung ist, die an der Stelle vielleicht ganz, ganz gut tut. die er den Betroffenen von ihm angetan hat. Vielmehr möchte ich hier betonen, dass der Grad der Detailliertheit und die Formulierung, die er benutzt, dazu führen, dass man eben nicht das komplette Ausmaß dessen, was passiert ist, kennt und das ein gewisses Gefühl bei den Zuschauern zurücklassen kann. Nehmen wir einmal das Beispiel mit dem Texting. Ganz kurz, bevor wir weitergucken, weil ich zwei interessante Sachen im Chat gerade gesehen habe. das eine ist wohl eine Abkürzung, die es offensichtlich gibt, nämlich Jarvis, Y-A-V-I-S, das steht offensichtlich für Young Attractive Verbal Intelligent Sportive, also jung, attraktiv, verbal, also irgendwie gut mit, also kann sich gut ausdrücken, intelligent und sportlich und dass das halt so typische Eigenschaften sind, warum Leute einfach als positiver wahrgenommen werden, gehe ich jetzt davon aus, dass das die Abkürzung bedeutet, dass es in dem Kontext gefallen ist, finde ich, einen guten Punkt und das andere ist, war es nicht bei so diesem gut aussehenden Mörder genauso? Ja, exakt, das ist genau so ein Beispiel. Es gab doch diesen Fall, wo, boah, das war so krass, das hat jetzt gar nichts mit Taddles zu tun, ich will es nicht in Ansatzweise mit irgendwas mit Taddle vergleichen, es geht jetzt nur um dieses pretty, pretty privilege Thema. Ich meine nicht Ted Bundy, ich meine nicht Ted Bundy, der sah auch gut aus, das hatte auch einen Effekt. Ich meinte jetzt neulich, vor zwei Monaten oder einem Monat oder so, auf TikTok gab es einen Fall, wo ein Typ auf brutalste Art und Weise zwei Frauen, glaube ich, ein oder zwei Frauen umgebracht hat. Ich will nicht, ich will nicht mal aussprechen, auf welche, also auf welche Art, das war so ekelhaft, dieser krass Tätowierte, genau, das war so ein sehr tätowierter Dude, ganz, ganz abgef***ter Sch*** und da war so viele Frauen, die, also ich, das war so abgef***t, weil es so viele gab, die so scherzhaft, aber so halbscherzhaft so, gesagt haben, ach, weiß nicht, der könnte auch mal bei mir was machen, so, da geh ich aber auch in die Zelle oder weiß irgendwie so, so Sch*** so. Das war so giga abgef***t, wo man sich wirklich gefragt hat, was geht mit so vielen Leuten bei TikTok, es, ja, es gab so viele TikTok-Edits, ja genau, es gab ultra viele TikTok-Edits mit diesem Dude, Wade Wilson, schreiben jetzt Leute, dass er Wade Wilson heißt, das war so abgef***t, vor allen Dingen, wenn man sich vor Augen hält, dass wenige Wochen vorher wir uns noch vor Augen gehalten haben, dass wir, lieber mit dem Bären als mit dem Mann im Wald sein wollen würden und ein paar Wochen später zuhauf dieselben Leute teilweise, teilweise dieselben Leute dann sagen, dass sie mit so einem Mann, wo sie wissen, was der getan hat, wo sie wissen, was der getan hat, mit dem halt gerne mal den daten wollen würden. Das ist wirklich, und das alles nur, weil der gut aussah. Einfach Kopf ausgeschaltet, weil jemand gut aussah. Es ist unfassbar gewesen. Es hat mich massiv schockiert, was da abgegangen ist. Massiv schockiert. Ich habe über die Jahre mit mehreren Girls ges***t, so Nachtbilder ausgetauscht und so. Okay, warte, ich spule mal kurz zurück, dass wir den Einstieg hier zu diesem Thema nochmal finden, weil ich jetzt sehr viel geredet habe. Sorry. Echt zu, wie sehr er sich sind, dass einige der Dinge, die er erzählt, nicht so schlimm klingen im Vergleich zu, wie sehr er sich dafür kritisiert. An der Stelle kurz einmal, ich möchte hier in keinster Weise die Dinge relativieren, die er den Betroffenen von ihm angetan hat. Vielmehr möchte ich hier betonen, dass der Grad der Detailliertheit und die Formulierung, die er benutzt, dazu führen, dass man eben nicht das komplette Ausmaß dessen, was passiert ist, kennt. Also um nochmal alle abzuholen, weil es ging jetzt ein bisschen hin und her und ich habe auch manchmal Pausen gemacht, ein bisschen über andere Sachen jetzt ausgeschwiffen. Es geht jetzt offensichtlich darum, dass Catsplay sagt, hey, auffällig ist ja, dass sehr viele Leute trotz, dass in dem Statement das sehr deutlich so gesagt wurde, trotzdem gesagt haben, hey Taddel, du bist super danach. Und auch Taddel dazu gesagt hat, warum macht ihr das? Lasst es doch endlich mal bleiben. Und jetzt ist die Frage, warum haben die Leute denn so viel geschrieben? Hey Taddel, super, du bist klasse. Was hat denn dafür gesorgt, dass es so war? Und der erste Punkt ist jetzt offensichtlich, dass manche Sachen nicht, irgendwie, dass er, was, irgendwie zu viel sich oder sehr stark entschuldigt hat für Sachen, die gar nicht so viel Entschuldigung gefühlt brauchen. So habe ich sie jetzt verstanden. Und das ein gewisses Gefühl bei den Zuschauern zurücklassen kann. Nehmen wir einmal das Beispiel mit dem X-Ding. Ich habe über die Jahre mit mehreren Girls ges***t, so Nacktbilder ausgetauscht und so. Kurz darauf stellt Taddel aber fest, also jetzt nicht, Girls klingt so, nicht mit Minderjährigen, aber trotzdem mit jungen Frauen, 18, 19, 20. Also letztendlich beschreibt er hier einvernehmlich sexuellen Kontakt mit nicht-minderjährigen Frauen. Und die waren wahrscheinlich so vier bis sechs Jahre jünger als er. Also nicht gerade ein Alter, das man krass verwerflich findet. Natürlich, das Ausnutzen von Machtgefällen bleibt manipulativ und sch***er keine Frage. Aber dieses Verhalten beschreibt uns Taddel ja nicht im Detail, sodass wir uns denken, boi, das war ekelhaft. Sondern er betont ja eher sogar noch, dass er den Mädels nie falsche Versprechungen gemacht hat. Und das wirkt ja dann sogar sehr ehrlich. Im starken Kontrast dazu steht aber seine Scham. Ich schäme mich, dass es überhaupt so war, aber wie schlecht muss man seine Libido unter Kontrolle haben, sich auf sowas einzulassen? Es führt dazu, dass man sich denkt, ja, so schlimm war dein Verhalten doch gar nicht. Hör auf, mit dir so hart ins Gericht zu gehen. Und ich betone nochmal, das ist nicht jetzt das, was Catsplay selbst sagt. Sie sagt nicht selbst, hey, so schlimm war dein Verhalten doch gar nicht. Das sagt sie nicht. Sie sagt, einer der Gründe, warum Leute, manche Leute nach dem Statement sagen, hey, Taddle, du bist doch super. Könnte sein, weil sie denken, hey, das mit dem war doch gar nicht so schlimm. Er entschuldigt sich so krass dafür, aber es war doch gar nicht so schlimm. Diese Reaktion sieht man zum Beispiel ganz gut in dem Video von Lensen. Ich habe mir diese 40 Minuten angehört und Bro geht ganz schön hart mit sich selbst ins Gericht. Und zack, schon hat Taddle Pluspunkte gesammelt. Auch hier ganz kurz, ich will Taddle nicht unterstellen, dass er absichtlich sein Statement irgendwie manipulativ gestaltet hat oder das mit irgendwie so einem Mastermind-Plan aufgestellt hat. Sondern ich möchte einfach nur aufzeigen, wie genau es zur Resonanz von Taddle Statement gekommen sein könnte. Ich glaube auch, dass es sehr wahr ist, was Catsplay hier sagt, dass das auch dazu geführt hat, also unter anderem, dass Leute vielleicht dann die Lücken in ihrem Kopf selber gefüllt haben. Er hat ja auch manche Sachen da so ein bisschen offen gelassen, was was dann ja macht, dass du es irgendwie selber füllen kannst, wie es dein Unterbewusstsein gerade irgendwie für passend empfindet. Das glaube ich ist in dem Kontext vielleicht auch so gewesen. Ich finde es aber weird, wenn jemand zu dieser Setting-Geschichte zu dem Schluss kommt, ach so schlimm war das doch gar nicht. Weil der kritische oder der problematische Aspekt war ja nicht das, was Catsplay gerade gesagt hat, dass da volljährige Menschen sind, die sich entscheiden, irgendwie sich irgendwie Nacktbilder zu schicken oder so, sondern der problematische Aspekt, den Tadde da geschildert hat, war ja eher, dass er, ich glaube, er hatte gesagt, dass er, wenn er auf einem Instagram-Profil von einer Frau irgendwie sein Merch gesehen hat, dass er das, ich sage es jetzt in meinen Worten, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es wörtlich war, aber ihr würdet mir widersprechen, wenn ich irgendwas falsch darstellen würde, dass er, wenn er solche Fotos mit seinem Merch gesehen hat, das zum Anlass, sage ich jetzt mal, genommen hat, um so einen Kontakt da hinlaufen zu lassen oder so einen Kontakt zu initiieren oder so und das ist ja eher ein problematischer Aspekt oder der Aspekt, dass er gesagt hat, dass er dann geghostet hat, also nachdem, nachdem das sozusagen man Nacktbilder dann ausgetauscht hat oder bekommen hat oder ich weiß es nicht, das dann irgendwann geghostet wurde und das ist ja, da geht es ja auch einfach ultimativ um die Frage, unabhängig jetzt, ob das Fans sind oder nicht, aber das verstärkt es natürlich nochmal ein bisschen, geht es natürlich um die Frage, dass, also wie man mit Menschen umgeht an so einer Stelle, ne, also wenn man sozusagen das bekommen hat von denen, was man möchte, ich glaube so in der Richtung hat es ja auch ausgedrückt, dann zu ghosten an so einer Stelle ist natürlich, also das, also diese Aspekte haben es dann schon, finde ich, deutlich problematisch gemacht und wenn jemand bei diesem Thema von diesem, äh, diesem S***-Thema insgesamt zu dem Schluss kommt von, ja, war doch kein Problem, dann würde mich das sehr stark irritieren. Könnte. Denn gerade durch die Art und Weise, wie gewisse Dinge formuliert sind, könnte insbesondere ein psychologischer Effekt hier greifen und zwar der Barnum-Effekt. Der Barnum-Effekt bezieht sich auf die Tendenz von Menschen, vage und allgemeine Persönlichkeitsbeschreibung als zutreffend und spezifisch für sich selbst zu akzeptieren. In Tuddles Statement gibt es tatsächlich einige Aussagen, auf die der Barnum-Effekt zutreffen könnte. Ich bin ein notorischer Lügner, ich bin ein Hochstabler, ich bin ein Blender. Die Aussage ist so breit und allgemein formuliert, dass sie wahrscheinlich auf jeden zutreffen könnte. Wir alle lügen mal. Jemand schreibt noch zu dem Thema von eben, beim Austausch von Nacktbildern zwischen Klammer auf volljährigen Fans und Personen der Öffentlichkeit haben meist trotz allem die Personen der Öffentlichkeit mehr zu verlieren. Ja, mag auf bestimmten Ebenen sein, verändert aber natürlich nichts an dem von mir gerade Gesagten. Also das ist einfach kein, also jetzt das euphemistisch ausgedrückt kein feiner Umgang mit Menschen generell ist, wenn du jemanden, also wenn du jemanden eher anschreibst, wenn du weißt, ah, derjenige hat, ist irgendwie Fan von mir, dann nachdem du irgendwie Nacktbilder ausgetauscht hast, die Person dann ghostest. Das ist ja einfach kein respektvoller Umgang mit einem Menschen so. Und das ist, glaube ich, der große oder wichtige Punkt an der Stelle halt gewesen. Hat das Gefühl, sich regelmäßig von seiner besten Seite zeigen zu müssen, gerade vielleicht in dem Kontext, den Taddel erwähnt, wo man seine Frau kennenlernt oder jemand Neues datet und die Person natürlich beeindrucken will. Und auch das Gefühl, ein Hochstapler zu sein, das kennen wahrscheinlich viele Menschen. Wikipedia schreibt zum Beispiel, psychologische Studien aus den 80er Jahren schätzen, dass zwei von fünf erfolgreichen Menschen sich selbst als Hochstapler einstufen. Okay, das ist jetzt natürlich der nächste Punkt, den Catsplay anführt, den, der, glaube ich, auch sehr richtig ist. Da habe ich jetzt so in der Form noch nicht, also, drüber nachgedacht, aber ich finde, sie hat, ich finde, es klingt sehr sinnvoll. Sie hat, glaube ich, recht, dass dadurch, dass Taddel in dem Statement sehr vieles offengelassen hat und auch, ich unterstelle ja gar keinen Plan dahinter, dass er es extra so gemacht hat. Es geht nur darum, rauszufinden, warum kommen Leute zu dem Schluss, zu dem sie kommen oder die Fans dann zu dem Punkt, zu dem sie kommen oder die Zuschauer, weil er viele Sachen so offengelassen hat, so allgemein gefasst hat, dass Leute das dann hören und irgendwie, ja, auf sich selber beziehen können und deswegen auch eine Sympathie dafür haben. Wenn er sagt, ja, ich bin Hochstapler, dass viele Leute für sich selber denken, ja, okay, je nachdem, wie er das meint. Also, ich habe mich auch schon mal als Hochstapler gefühlt, dann kann das ja nicht sowas Schlimmes sein. Versteht ihr? Nach anderen Studien fühlen sich 70% aller Menschen unter bestimmten Umständen oder Zeiten als Hochstapler. Es war mir immer das Allerwichtigste, dass Leute mich mögen und dass Leute von mir eben dieses Bild haben, dass ich dieser verständnisvolle, vernünftige, rücksichtsvolle Mensch bin irgendwie. Auch diese Aussage können wahrscheinlich viele Menschen auf sich beziehen, denn tatsächlich ist gemocht zu werden eines der Grundbedürfnisse des Menschen. Zitat, es gibt solide empirische und theoretische Gründe für die Behauptung, dass das Bedürfnis, positive soziale Verbindungen und Beziehungen aufzubauen, universell und grundlegend ist. Das Bedürfnis nach Zugehörigkeit beruht auf dem menschlichen Bedürfnis, zwischen menschlicher Beziehung und positive soziale Bindungen aufrechtzuerhalten. Okay, also auch hier dieses, wenn er sagt, hey, ich hab einfach den krassen Drang, dass Leute mich mögen, dass dann viele Leute aufgrund des Bahnem-Effekts diese allgemeine Aussage von, okay, ich wollte einfach, dass Leute mich mögen, das auch auf sich beziehen und sagen, naja, ich will ja auch, dass Leute mich mögen, dann scheint es ja nicht sowas Schlimmes zu sein, weil es ja bei mir genauso. Und ist daher für unsere allgemeine Entwicklung und unser Wohlbefinden von Bedeutung. Ich sage A, aber mache B. Auch diese Art Irgendwer im Chat hat offensichtlich gerade gesagt, irgendwie er ist Vater und hat Kinder und macht dann sowas mit dem Saving oder so. Das ist absolut verwerflich. An der Stelle ganz kurz, nein, das ist nicht in der Beziehung gewesen. Das haben manche Leute so verstanden. Das hatte, glaube ich, Alpha Kevin am Anfang auch falsch gesagt in seinem Video oder so. Aber das ist nicht so in der Schilderung von Tuddel gewesen. Das war davor. Trotzdem ist es ein problematisches Verhalten, was er da beschrieben hat. Ja. Und ich finde es so wichtig, dass man das tut, was wir gerade tun, nämlich weniger über jetzt das Tuddel-Statement auf einer oberflächlichen Ebene zu sprechen, sondern was wir gerade tun, ist dieses eigentlich selbstkritische, wir Viewer, wir Viewer haben einen psychologischen Bias offensichtlich, etwas so zu empfinden und so zu empfinden und wir sollten uns da selbst überprüfen. Weil wir stellen ja fest, dass sehr viele Viewer in den Kommentaren genau das bestätigt haben, was Tuddel in dem Statement-Video gesagt hat. Und deswegen finde ich, ist es an dieser Stelle sehr wichtig, sich da selbst zu reflektieren. Oder wir als Viewer jetzt, ich meine, die Viewer sind ja nicht ein Kollektiv, aber ihr wisst, was ich meine. Eine Art von Inkonsistenz können wahrscheinlich viele Menschen nachempfinden. Denn, wenn wir mal ehrlich sind, jeder lebt ab und zu mal nach dem Lieblingswort von KuchenTV. Joppel-Moral. Keiner ist 100% konsistent in seinem Verhalten, nur kennen wir halt in diesem Fall von Tuddel nicht das Ausmaß der Inkonsistenz, das da an den Tag liegt, da wir ihn a. weder persönlich kennen und er b. uns nicht den kompletten Details aller Vorfälle liefert. In unserem Kopf entsteht also eine Lücke und die füllen wir mit Wohlwollen. Sprich, ja, das Phänomen kenne ich von mir auch. Tatsächlich fand ich so einige der Aussagen, die Tuddel über sich selbst getroffen hat, relativ allgemeingültig formuliert, wo ich mich dann öfter dabei ertappt habe, dass ich mir gedacht hatte, ah ja, das Verhalten kenne ich von mir halt irgendwie auch. Und daher könnte ich hier wahrscheinlich eine komplett lange Liste mit ähnlichen Aussagen weiterfüllen. Aber, wenn ihr das ganze Video nochmal schaut oder irgendwie eine Reaction davon sagt, weil ich die Frage jetzt schon ein paar Mal gesehen habe, äh, Sir Faisius, ähm, hast du selbst etwas von Tuddels Verhalten in diese Richtung mitbekommen? Nein. Ähm, ich habe selbst, also für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mit Tuddel in den letzten, ich weiß gar nicht, sechs Jahren oder so, ähm, also in regelmäßigen Abständen Videos gedreht und natürlich, wenn man Videos dreht, äh, hängt man auch so ein bisschen ab, geht was essen oder so, chillt ein bisschen, quatscht so, ähm, hab bei ihm zu Hause mit ihm gedreht, hab bei Ju gedreht, bei Revi gedreht, etc. Und, ähm, ne, in verschiedenen Kontexten auch, in verschiedenen Grüppchen, ähm, hab mich auch zwei-, dreimal sozusagen außerhalb von Videodrehs mal abends getroffen, äh, mit ihm und noch Revi oder so, weißt du, dass man so abends so abgehangen hat, ähm, aber ich hab nie so ein Verhalten irgendwie mitbekommen, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, äh, da ist jemand, ähm, unehrlich, äh, oder irgendwie ein notorischer Lügner oder irgendwie sowas, äh, dass dieses Empfinden deckt sich aber genau mit seiner Schilderung, ja, also steht ja nicht im Widerspruch zu seiner Schilderung, weil er hat ja in seinem Statement gesagt, dass, dass er teilweise so unehrlich ist, dass er dieses Verhalten hat, äh, dass er einen Hochstab leist, etc., das kriegt man nur mit, wenn man sehr, 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 sehr close an ihm dran sind, also er hat ja beschrieben, dass selbst, äh, Luna und Adi das über Jahre nicht so mitbekommen oder nicht so realisiert haben oder das bei denen nicht so angekommen ist oder so und die haben ja, die waren ja unendlich close miteinander, äh, ne, also selbst die Leute, die sehr close mit ihm waren, brauchten lange, um das zu, ähm, zu checken, ja. ... dann sagt mir gerne mal Bescheid, ob ihr diesen Effekt auch bei euch feststellen könnt und lasst mich das unten in den Kommentaren wissen. Eine Aussage möchte ich... Bist du persönlich enttäuscht oder siehst du das eher neutral? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, ähm, ich will nicht sagen, ich bin überfordert, aber ich bin gefordert mit diesem Taddel-Statement und mit allem, was dazu gehört. Einfach, weil es, weil es erfordert ein sehr hohes Maß von dem, was wir gerade gesprochen haben, von Nicht-Schwarz-Weiß-Denken, es erfordert ein sehr hohes Maß von dieser Ambiguitäts-Toleranz, es erfordert ein hohes Maß, was ich gerade gesagt habe, davon sich vor Augen zu halten, wo man selbst einen Bias hat, wie man jetzt etwas bewertet, wenn man jemanden kennt, dann hat man ja auch einen Bias, wenn man jemanden mag, hat man einen Bias, hatten wir gerade gesagt, wenn jemand gut aussieht, hat man einen Bias, wenn jemand talentiert ist, hat man einen Bias, wenn man diesen Bahn im Effekt irgendwie hat, dann hat man noch einen Bias und so gibt es ganz viele Aspekte, die da, die da mit reinfallen und ich finde es bei dieser, also zum Beispiel bei einer Moise, bei einem Mois-Thema ist es ja viel, viel leichter, das einzuschätzen, wenn ihr checkt, was ich meine, es ist ja viel einfacher, sich die Fakten zu sammeln und dann sehr klar zu sagen, okay, so ist es und so ist es, Haken hinter, weißt du, so jetzt mal ganz simpel auszudrücken, so, also von der Einschätzung her und das empfinde ich hier als deutlich komplexer und fordernder, deswegen ist es mir so wichtig, jetzt in diesem Kontext eben genau das zum Thema zu machen, was wir gerade zum Thema machen, nämlich was wir für Bias haben könnten und welche psychologischen Aspekte dafür sorgen, dass unsere Einschätzungsvermögen vielleicht nicht so gut ist, weil ich das schon erstaunlich fand, dass Tadde in dem Video sagt, hey Leute, glorifiziert mich, die glorifizieren mich alle viel, viel zu sehr und unter den Kommentaren sieht man ganz viel Glorifizierung und er muss extra noch mal einen Kommentar machen und sagen, bitte hört doch damit auf, das fand ich einfach so krass, dass ich es einfach gut finde, sich damit so zu befassen, auch miteinander jetzt noch mal. Ich aber besonders betone, weil sie mir tatsächlich am spannendsten vorkommt. Ich bin selber ein sehr unreflektierter Mensch, also in manchen Hinsichten nicht, aber in diesen signifikanten Dingen. Die Aussage ist bemerkenswert Paradox, aber auch ausschlussreich, denn sie offenbart die Komplexität seiner Selbstwahrnehmung und einer authentischen Selbstdarstellung. Denn einerseits dem Dona Marilla, vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. demonstriert das ganze Statement von Tadde eine 1A-Selbstreflexion. Auf der anderen Seite behauptet Tadde, aber unreflektiert sein ist einer seiner problematischen Charakterzüge. Dieser Widerspruch, der könnte verschiedene Gründe haben. Es könnte ein unbewusster Versuch sein, Verantwortung abzumildern. Oder aber, es deutet auf eine Kluft hin zwischen Erkenntnis und dem Handeln von Tadde. Aber möglicherweise spielt... Stimmt, das ist ja auch noch... Ah, das ist auch ein guter Aspekt, dass Tadde in seinem Statement sagt, ey, ich... sozusagen, dass ein Mangel an Reflexion da ist, aber das Statement selbst sich so erstmal anfühlt wie, okay, hier ist sehr viel, sehr viel Reflexion vorhanden so. Und das ist ja auch wieder ein Spannungsfeld, was man im Kopf erstmal klarkriegen muss, weil man fast versucht ist, ihm einfach nicht zu glauben und zu sagen, ach, Tadde, du sagst, du reflektierst viele Sachen nicht so sehr, aber es wirkt auch so, als würdest du es tun. Sei mal nicht so hart zu dir. Das ist der Impuls, den, glaube ich, viele da haben. Aber das ist ja... Das wird der Sache ja nicht gerecht und das ist ja auch respektlos den Worten von ihm gegenüber. Also er stellt sich hin und sagt, hey, diese Nachricht möchte ich gerne rüberbringen. Und man sagt einfach, ach so, dass du nicht so gut reflektieren kannst, willst du mir sagen, nee, das glaube ich dir nicht, nehme ich nicht ernst. Stattdessen will ich was anderes über dich denken, nämlich, dass du gut da drin bist. Das ist schon so, wisst ihr, das ist nicht respektvoll ihm gegenüber und seinen Worten gegenüber und seinen Staten gegenüber wird der Sache nicht gerecht und ist vor allen Dingen nicht respektvoll den Leuten gegenüber, die laut ihm da wirklich drunter leiden unter diesem Verhalten. Spiegelt es auch den aktuellen Entwicklungsprozess wieder, in dem sich Tadde aktuell befindet, wo er seine schlechten Verhaltensmuster zwar erkennt, aber noch nicht an ihnen gearbeitet hat. Aber gerade im Kontext des Barnum-Effektes könnte diese Aussage bei vielen Zuschauern auf Anklang finden, denn sie lässt ihn authentisch und ehrlich wirken. Vor allem deswegen, da sich viele Menschen zeitweise als unreflektiert erleben. Letztendlich unterstreicht diese widersprüchliche Selbsteinschätzung die Schwierigkeit, sich selbst vollständig und konsistent zu beschreiben und bietet einen Schlüssel zum Verständnis der frontal geschilderten Verhaltensmuster. By the way, falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, dann würde sich Wolfgang natürlich über ein Like und ein Abo freuen. Ja, Wolfgang ist schon cute. Und für exklusiven Katzen-Content kannst du mir auch gerne ein Follower auf Instagram dalassen. Was sind jetzt aber die Konsequenzen des Barnum-Effektes? Unter anderem könnte der Barnum-Effekt dafür sorgen, dass sich viele der Zuschauer mit seinen Aussagen identifizieren, auch wenn ihre eigenen Erfahrungen weniger extrem sind. Einerseits führt es dazu, dass Talets Geständnis für viele authentischer und ehrlicher wirkt. Andererseits besteht aber dadurch die Gefahr, dass sein problematisches Verhalten relativiert wird, da es als normal oder menschlich abgetan wird, da sich ja viele Leute in diesen Aussagen wiederfinden. Paradoxerweise könnte der Barnum-Effekt auch dazu führen, dass er von vielen Leuten als reflektiert und ehrlich erlebt wird. Was wieder... Okay, ja, okay. Ja, verstehe ich. Also diesen ganzen Part mit dem Barnum-Effekt, finde ich, ist viel, viel Sinnvolles dran. Warum sein Influencer-Image auf eine gewisse Art und Weise weiter stärken würde. Besonders irrwitzig finde ich das in Anbetracht von Taddles Aussage hier. Ich werde diese Persona, diese Figur Taddle killen. Taddle ist vorbei. Vielleicht lösche ich sogar einfach den YouTube-Account oder so, damit es so richtig, damit es eine drastische Maßnahme ist. An der Stelle dazu, ähm, ich glaube, es wäre klüger gewesen, einen alternativen Namen an der Stelle zu nennen und zu sagen, hey, deswegen nennt mich bitte ab jetzt nicht mehr Taddle, sondern Klaus, was auch immer. Ähm, weil, äh, natürlich in Ermangelung von, von alternativen, äh, Namen, die meisten Leute über Taddle reden. Sie sagt ja auch die ganze Zeit Taddle und alle, alle, alle Leute, die über YouTube darüber geredet haben, haben Taddle gesagt. Es war so, also, es wäre, glaube ich, zielführender gewesen für das Ziel, dass Leute weniger ihn so nennen, wenn, man gesagt hätte, ab jetzt bitte Bricky oder was auch immer. Ja, genau. Aber wichtig zu betonen, dass diese möglichen Auswirkungen nicht bedeuten, dass Taddle Statement irgendwie invalide, unehrlich oder sonst irgendwas ist. Vielmehr unterstreicht es aber die Notwendigkeit, sowohl die spezifischen als auch die allgemeinen Aussagen in seinem Video kritisch zu beurteilen. Als Zuschauer sollten wir uns bewusst sein, dass gewisse Effekte durchaus beeinflussen können, wie wir auf Taddle reagieren. Und dieses Wissen ist wichtig in der neutralen Beurteilung von dem, was da gerade passiert. Ein weiterer psychologischer Effekt, der eine Rolle bei Taddles Wahrnehmung in seinem Statement spielen könnte, ist der sogenannte Halo-Effekt. Im Prinzip handelt es sich hier um einen Fehlschluss in der Wahrnehmung, bei dem wir eine positive Eigenschaft einer Person auf andere unbekannte Eigenschaften übertragen. Ich glaube, das ist das, was vorhin dieses Jarvis war, oder? Das war dieses Jarvis, was Leute in den Chat geschrieben haben, ne? Dieses Young, Attractive, Verbal, Intelligent, Sportive. Im Endeffekt bedeutet das, dass wenn eine Person in einem Bereich Supi ist, wir auch darauf schließen, dass sie in anderen Bereichen Supi sein muss. Als Beispiel, wenn jemand gut aussieht, dann wird oft geschlussfolgert, dass diese Person auch einen guten Charakter haben muss. Pretty Privilege und so. Dass Tadde vor seinem Statement einen unglaublich guten Ruf hatte, darüber brauchen wir nicht sprechen. Er beschreibt, Ja, sch***, ich bin schon beim Ersten raus. Ich bin schon bei Young leider raus. Ha, f***. Ja, schade, kein Jarvis für mich. Das ist selber so. Ich habe mir irgendwie über die Jahre diese Superposition kreiert von, ich bin dieser, ich bin immer dieser Typ, über den alle so toll reden. 99% positive Bewertung, überall. Viele Menschen haben also wahrscheinlich eine positive Grundstimmung gegenüber Tadde gehabt. Er wird als humorvoll wahr. Mann, Rezo, ich habe 100 Mal Halo-Effekt geschrieben, haha. Ja, mein Problem ist, dass ich so, ich lese manchmal so aufmerksam im Chat und manchmal setze ich so für zwei Minuten komplett aus, Digga. Wirst du die Taddeldoni rausnehmen, ersetzen? Welche Taddeldoni? Also, gucke ich, danke für die Erinnerung, setze ich mich mit auseinander. wahrgenommen als guter Musiker, als reflektiert, als Saubermann. Dieser positive Eindruck könnte dafür sorgen, dass Leute sein Statement durchaus wohlwollender aufnehmen. So denkt man sich dann zum Beispiel, Bot Haddl, der ist ja so... Ach, die 100 Euro, Taddeldoni. Ah. Oh nee, da kann ich nicht mehr rappen. Guck, jetzt bin ich gebiased wieder. Ich will die behalten, weil ich finde es cool. Außerdem ist das TJ Beast Boy und dann kann ich das in meinem Kopf so begründen, dass es doch alles... Seht ihr? Seht ihr? So sind wir alle gerade. Das war die Darstellung von wir alle. So ehrlich, der ist so reflektiert, denn genau so hat man ihn vorher ja schon wahrgenommen. Die krassen Dinge, die er dann zugibt, die wären einfach weniger ernst genommen. Zusätzlich könnte sein Image als der nette, verständnisvolle Typ dazu führen, das sollte seine Fehler runterspielen oder weiter relativieren. So nach dem Motto, na das ist doch unser Taddel, der würde das ja niemals so meinen. Die Tatsache, dass er offen über seine Probleme spricht, könnte als mutig und ehrlich angesehen werden, was den Halo-Effekt noch weiter verstärken würde. Und das wiederum könnte dazu führen, dass die Leute dann die echten Konsequenzen seiner Handlung runterspielen oder gar nicht erst bemerken. Beim Halo-Effekt könnte zum Beispiel aber auch noch der sogenannte Truth-Bias greifen. Du kannst das behalten, man muss Taddel's Kunst deswegen nicht verteufeln. Ich habe auch ein starkes Bauchgefühl, dass TJ Beast Boy nicht verwerflich ist zu hören. Ich empfinde es irgendwie als eine nicht angemessene Reaktion auch, wenn man irgendwie jetzt sagt, okay, ich höre nie wieder TJ Beast Boy oder so. Im Grunde ist es nämlich so, dass wir Menschen dazu neigen, anderen Leuten als erster Reflex immer zu glauben. Und natürlich kickt das auch bei Taddel unter anderem eben wegen dem Halo-Effekt voll rein. Die Art, wie er sein Statement rüberbringt, emotional und an den richtigen Stellen mit Details gespickt, Das triggert unseren Truth-Bias. Wir wollen ihm glauben. Wir wollen ihm verzeihen. Weil er auch krasse Sachen zugibt, denken wir uns dann, boah. Ich fand das Statement seltsam. Eine Stunde, ich bin ja schlecht am Ende und am Ende kommt neuer Merch raus. Weird. Das fand ich actually gar nicht weird. Ich habe auch in der Reaction von Stay war das, glaube ich. Der hat da das auch sehr besch***t gefunden. Also nur um alle mit abzuholen. Relativ in den letzten anderthalb Minuten oder so sagt Taddel halt nochmal so, ey, und das ist auch so unangenehm zu sagen, aber es kommt jetzt noch ein letzter Merch-Drop so. Und es stand so ein bisschen, ich hatte so fast das Gefühl, dass in der Reaction von Stay so ein bisschen im Raum stand so, ja, ja, es ist ja auch jetzt Promo und dann kann man nochmal Merch mitnehmen oder irgendwie sowas. So als würde man die Aufmerksamkeit jetzt irgendwie absichtlich so ein bisschen mitnehmen oder so. Und ganz kurz an der Stelle deswegen als, ich sag mal, kleine Einordnung, die, der Merch von Taddel braucht keine Promo, um instant ausverkauft zu werden. Und das war all die Jahre immer so. Also der hat was rausgebracht und es war nach einer halben Stunde ausverkauft oder nach einer Stunde oder meinetwegen nach einem Tag, lass es nach einem Tag teilweise sein. Also es war so schnell immer weg und das immer, ausnahmslos immer bisher. Niemals ist es wichtig für ihn gewesen, also das hat nichts miteinander zu tun, dass man irgendwie dieses Statement macht, um irgendwie nochmal Merch anzukurbeln oder so, falls das irgendjemand glauben sollte. Und es ist sogar, es ist sogar gar nicht so planbar. Also du hättest das auf so eine lange Hand irgendwie planen müssen, was auch unplausibel ist, weil ja so Sachen ja produziert werden und über, also du musst viele Wochen vorher schon wissen, welche Schnitte du machst, du kriegst da Samples, gibst dir einen Auftrag, kaufst die Stoffe und dann werden da große Mengen dann hergestellt und ins Lager geschickt etc. Das ist ein Riesenaufwand, das ist nicht eine Sache, die man mal eben mit so einer Sache hier, mit so einem Statement irgendwie dann abpasst oder so. Also ja, deswegen, ich fand das jetzt nicht so todes, todes weird. Das muss ja jetzt alles, das Ges... Also ich kann verstehen, dass man das erst, also ich kann verstehen, dass man es ins Video nicht reingenommen hätte, ich kann die Entscheidung verstehen, wenn jemand sagt, hey, ich hätte entschieden, das in so ein Video nicht reinzunehmen, sondern stattdessen in der Instagram-Story zu schreiben, kann ich verstehen, diese Entscheidung, ich kann aber auch die Entscheidung verstehen, es in das Video mit reinzunehmen und zu sagen, okay, jetzt habe ich einmal die Aufmerksamkeit, ich will das alles, alle Themen, die mir irgendwie wichtig sind, einmal rüberbringen und dazu gehört halt auch, dass sich nicht jemand wundern soll, dass ich jetzt noch einmal Merch rausbringe, dass ich wenigstens zwei, drei Sätze dazu sage, Ende, so, das kann ich auch verstehen als Entscheidung und auch wenn man das Einzelnen anders vielleicht entschieden hätte, finde ich es wichtig anzuerkennen, dass es eine legitime Entscheidung ist, das in das Video mit reinzunehmen und Punkt. Gesamtes Statement ehrlich sein, dass er dann sagt, er möchte aus dem Internet verschwinden und seine Kunstfigur Taddel töten, das wirkt dann wie der ultimative Beweis seiner Ehrlichkeit. Aber auch hier müssen wir aufpassen, natürlich vieles, was er in seinem Statement sagt, kann stimmen, aber es ist trotzdem wichtig, einen Schritt zurückzutreten. Gibt es vielleicht noch andere Seiten der Story? Übertreibt er an einigen Punkten oder lässt er vielleicht relevante Informationen weg? Das sind alles Dinge, die wir nicht beurteilen können. Letztendlich ist das also eine Gratwanderung. Am Ende geht es darum, die Aussagen von Taddel ernst zu nehmen, aber trotzdem den kritischen Blick nicht zu verlieren. Eine weitere Sache, die dazu geführt hat, dass Taddel's Statement gar nicht mal so schlecht dasteht, die anderen Statements, die vorher erschienen sind, also zum Beispiel von Anni, Unge oder Mois, die waren einfach absolute Sch***er. Okay, das ist natürlich jetzt wahrscheinlich jetzt der letzte Aspekt, wo ihr jetzt drüber redet, aber wahrscheinlich ist das auch noch mal ein Punkt, der dafür gesorgt hat, dass Leute Taddel's Statement als sehr positiv empfunden haben, weil natürlich, wenn das, ich glaube, das Thema davor war ja Mois, das, was unmittelbar davor war, und wenn du das so als Priming drin hast, dann empfindest du eine Sache, die besser als das ist, auch noch als noch besser. Stimmt, ist auch ein psychologischer Effekt. Das ist nämlich auch so, wenn eure Klassenlehrer, falls jemand von euch, für die Leute, die noch, die zur Schule gehen, wenn eure Klassenlehrer eine Arbeit korrigieren, die sehr schlecht war, und danach kommt eure Arbeit, dann wird eure Arbeit besser bewertet, als wenn sie dieselbe Arbeit von euch bewerten, aber davor eine Arbeit korrigieren, die sehr gut war. Also eure Arbeit ist, sagen wir, eine 3, wenn dann ein Lehrer vorher eine sehr schlechte Arbeit hat, dann geben sie euch vielleicht eine 2, und wenn ein Lehrer davor eine Arbeit hatte, die sehr gut war, dann geben sie euch vielleicht eine 4 oder eine 3 minus oder so. Das ist statistisch schon festgestellt worden. Und so ist es halt natürlich dann in dem Fall mit der YouTube-Szene, wenn man vorher so ein Mois-Thema mitbekommt, und wie der Umgang da ist, dann ist sowas wie Taddel, was Taddel da gemacht hat, natürlich extrem viel, also das kann man nicht mal in Worte fassen, wie viel, also was das für eine andere Welt ist. Und hier kommt der sogenannte Kontrast-Effekt ins Spiel. Nach den eher schwachen Statements war die Erwartungshaltung der Leute so niedrig, dass Taddel ja eigentlich nur noch positiv überraschen konnte. Die Leute hatten jetzt quasi also eine sehr niedrige Messlatte, an der sie Taddel-Statement messen konnten. Wenn wir mal ehrlich sind, im Gegensatz zu den anderen Leuten wirkt er Ja, ich glaube, das heißt Priming, ja. einfach nur extrem ehrlich und reflektiert. Physiologisch gesehen waren einige Leute also vielleicht auch einfach erleichtert, dass nach den schlechten Statements endlich mal jemand kam, der was Anständiges hingelegt hat. Also nach allem, was wir uns jetzt angeschaut haben, ist uns wahrscheinlich klar, warum das Statement von Taddel so unglaublich viel besser ankam als die vorhergehenden Statements. Allen voran auch deswegen, da er mutmaßlich offen, ehrlich und authentisch über seine Probleme berichtet hat, während andere Echt, die schreibt, eine Frage, die ich mir stelle, warum kommt dieses Statement? Streamer kommen in der Regel mit sowas um die Ecke, wenn es nicht mehr anders geht. Vielleicht wollte er anderen zuvor kommen. Dazu ganz kurz. Ich glaube, es ist nicht konstruktiv über sowas zu spekulieren. Ich glaube, man sollte schon so viel Respekt jemandem gegenüber bringen, dass man nicht komplett am Rumspekulieren ist und einfach sagt, ja, aber das Ganze ist ja unter einem anderen Blickwinkel zu sehen, wenn es so sein würde, dass das und das wäre. Ich verstehe, ich verstehe, woher das kommt, ich verstehe, woher die Gedanken kommen. Hatte die auch so, dass man denkt, okay, warum kommt das jetzt so? Wie ist das zu erklären? Wie ist das zu begründen? Ich glaube nur, dass es nicht konstruktiv ist, darum zu spekulieren, sondern dass man den Fokus lieber darauf legen sollte, was der Inhalt von dem Video wirklich war. Und wir haben hier Leute, wo wir wissen, dass sie drunter gelitten haben, slash leiden, dass das Verhalten so ist, wie es ist. Und das sagt er ganz klar. Und den Fokus auf diese Betroffenen zu legen und das anzuerkennen, ist viel, viel wichtiger, als sich sozusagen ablenken zu lassen von, ja, aber es könnte theoretisch sein, dass es irgendwie andere Betroffene gibt. Und deswegen könnte es so sein, dass wenn die dann was sagen, weißt du, checkst, was ich meine? Also ihr checkt, glaube ich, was ich meine, ja. ...eure Leute nicht mal im geringsten Maß auch nur einen Funken von Selbstverantwortung gezeigt haben. Denken wir jetzt aber noch mal ganz kurz zurück an den angepinnten Kommentar von Taddle am Anfang. Denn Taddles Reaktion auf die positive Wahrnehmung seines Statements zeigt noch mal eine ganz andere Ebene der Selbstreflexion. Er lehnt das Lob ab, er betont die Notwendigkeit seines Videos und erkennt an, dass diese Reflexion nur möglich war mit der Hilfe der Leute, die er immer und immer wieder verletzt hat. Ja, mit den positiven Kommentaren relativiert ihr alles, was ich in dem Video sage, zeigt Solidarität mit denen, die unter mir leiden, anstatt mir jetzt etwas zuzuschreiben. Wart er vor, dass positive Kommentare seine Aussagen im Video relativieren könnten und fordert stattdessen Solidarität mit den Betroffenen. Es zeigt, dass er sich zumindest instinktiv der psychologischen Effekte, die wir besprochen haben, bewusst ist und er versucht, aktiv dagegen vorzugehen. Diese Haltung verdeutlicht für mich, dass wahre Veränderung und Wiedergutmachung ein fortlaufender Prozess ist, der über ein einzelnes Video hinausgeht. Paradoxerweise könnte aber Talits Ablehnung von Lob sein positives Image hier wieder weiter verstärken, was einfach aufzeigt, wie komplex es ist, in solchen Situationen angemessen zu reagieren. Letztendlich erinnert uns diese ganze Situation daran, wie... Ich glaube, ja, der Rest ist Abmord. Ich fand das Video sehr gut von Catsplay. Gibt auf jeden Fall ein Like. Folgt ihr mal gern. Die hat nur 13.000 Abonnenten. Catsplay, C-A-T-S-Z-Play. Catsplay. Ja, ihr checkt, was ich meine. Ich fand das Video von Catsplay vor allen Dingen deswegen gut, weil sie in den Fokus gerückt hat, wie Zuschauer mit diesem Statement umgehen. Und das, fand ich, ist eine Ebene gewesen, die mir ansonsten bei den ganzen Auseinandersetzungen ein bisschen zu wenig noch vorkam. Aber trotzdem sehr, sehr wichtig ist. So, jetzt haben wir über das Taddel-Thema ausführlich geredet. Wir haben nicht rumspekuliert. Wir haben Fokus gelegt auf die Leute, von denen wir wussten, dass sie die Betroffenen sind. Wir haben selbstkritisch Fokus darauf gelegt, was Viewer sozusagen falsch einschätzen könnten und aus welchen Gründen. Und ich finde, das sind alles gute, gute Fokuspunkte gewesen. auf die ganze Woche. Ich bin sehr klein, dass sie das erste Mal anschauen würden. The typical Situation